Musik 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 Aber die Merkel hat einiges Musik 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 Das beweist sie immer wieder, auch damals nach der Obermeisterschaftphase, direkt in China anschließend. Da war das Habe-Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. Denn in China, und das ist das Schöne, da werden die Menschenrechte eben nicht mit Füßen getreten, da werden sie Hand massiert. Und die Bevölkerung stöhnt lustvoll auf. Au, wai, wai, wai. Ja, China. China feiert gerade an diesen Tagen den 25. Jahrestag der Rettung der Menschenrechte auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dieses Massaker haben wir den Chinesen längst verziehen. Dass der Russe sich die Krim unter den Nagel gerissen hat, mit einer offenen Wunde bleiben. Gabelungsschiff beendet. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020